Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Textehexe, mit einem neuen Video zu einem Thema, das viele von euch sich gewünscht haben, und zwar das Thema Romananfänge. Es gibt zu diesem kleinen Video wie immer ein Skript, das könnt ihr euch auf meiner Webseite runterladen unter dem Reiter Checklisten, da werde ich das einstellen. Da könnt ihr die Textbeispiele nochmal nachlesen, die ich später verwenden werde, und ihr habt nochmal so eine kleine Gliederung von dem, was ich sagen werde. So, was wird euch erwarten in diesem Video? Wir werden uns zuerst mal anschauen, was ein guter Romananfang leisten muss. Dann werde ich euch ein paar Sachen sagen, wie ihr es nicht machen sollt, entgegen meiner üblichen Gewohnheit. Normalerweise sage ich ja eher, wie ihr es machen sollt, aber in dem Fall lohnt es sich, mal so die üblichen Fallen anzuschauen, in denen Autoren tappen, wenn sie ihren Anfang planen. Und dann gebe ich euch natürlich auch Anregungen, wie ihr in eure Geschichte reinfinden könnt und wie euer guter Romananfang ausschauen könnte. So, ich gucke einmal auf meinen Skript und wir gehen direkt rein. Der Anfang eines Romans, das habe ich euch auch auf das Skript nochmal draufgesetzt, der Anfang eines Romans ist ein Versprechen, das in der Folge unbedingt eingehalten werden muss. Also, der Anfang eures Romans, die ersten zwei Absätze sollen stellvertretend für das stehen, was der Leser im Kern in eurem Roman zu erwarten hat. Das heißt, ihr einigt euch mit eurem Leser auf ein Setting. Im ersten Abschnitt muss klar werden, sind wir historisch, sind wir auf einem Raumschiff, ist es Fantasy, wo sind wir? Ihr einigt euch mit dem Leser auf eine Erzählstimme, auf einen Sprachgebrauch. Die Art und Weise, wie ihr eure Geschichte erzählt, muss am Anfang stellvertretend stehen für den ganzen Roman. Ganz einfach, damit der Leser nicht in die Irre geleitet wird. Wenn euer Romananfang sich völlig anders liest, dann fängt er an das Lesen, denkt, wow, super, das kaufe ich mir und dann schwenkt es irgendwann und er denkt sich dann so, so haben wir aber nicht gewettet. Das ist genau das, was ihr verhindern müsst. Und drittens, wir einigen uns am Anfang mit dem Leser darauf, wer die Hauptfigur ist. Es ist also sinnvoll, die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren direkt am Anfang ins Bild zu holen. Ganz einfach, weil der Leser das erwartet. Wir erwarten, wenn wir das Buch aufschlagen, dass es irgendwie wichtig anfängt. Und wichtig ist immer mit Hauptfiguren. Und wenn wir jetzt irgendeine völlig belanglose Nebenfigur am Anfang im Bild haben, dann werden wir als Leser die ganze Zeit warten, dass die wieder kommt, dass mit der was wichtig ist, dass mit der irgendwas passiert und so. Das könnte zum Beispiel durchaus auch ein Gegenspieler sein, der einen teuflischen Plan ausheckt. Und wir sind am Anfang mal kurz dabei. Dann ist der ja auch wichtig. Also es muss nicht unbedingt die Heldin sein oder der Held. Es muss aber eine wichtige Figur sein, die ihr am Anfang ins Bild holt. Einfach, weil das die Erwartung des Lesers ist. So, also wir einigen uns am Anfang mit dem Leser auf ein Setting, auf einen Sprachgebrauch und auf die Hauptfigur. Das ist das, was der Leser am Anfang beim Reinlesen wissen will. Der will wissen, passt der Text zu mir, ist der was für mich. Und ihr müsst ja auch daran denken, dass diese ersten ein, zwei Seiten die Seiten sind, die ein Leser anliest, um zu gucken, ob das Buch ihm gefällt, ob er das haben will. Entweder bei Amazon in der Leseprobe oder auch in der Buchhandlung. Und euer Ziel ist es nicht, ganz explizit, nicht möglichst viele Leser anzuziehen. Oder Käufer. Euer Ziel ist es, die richtigen anzuziehen. Die, denen euer Buch dann auch gefällt, die ihre Erwartungshaltung befriedigt bekommen. Und deswegen ist es am Anfang ganz wichtig, klar zu kommunizieren, was ist das für ein Buch. So, was machen viele von euch, wenn sie in einen Roman starten? Typische Romananfänge. Und die sind jetzt alle nicht besonders, die ich euch jetzt aufzähle. Und ich erkläre euch aber auch immer, warum ihr das vielleicht macht und warum ihr euch aber damit kein Gefallen tut. Also, aller Anfang ist Schwurbel. Wir beginnen, indem die Hauptfigur erwacht. Seid mal ehrlich. Jeder von euch hat mindestens in seinen frühen Jahren mal einen Text geschrieben, der damit anfängt, dass die Hauptfigur aufwacht. Auch ich. Warum machen wir das? Weil wir uns dann über das Davor keine Gedanken machen müssen. Ja, beim Schreiben versuchen wir immer in unserer Komfortzone zu bleiben. Wir nehmen zunächst mal das, was einfach ist. Und wenn die Figur aufwacht, ich muss die nirgendwo herholen, ich muss mir, ich muss keine ungeschriebene vorherige Szene im Auge oder im Kopf haben, sondern die wacht einfach auf und vorher war nichts, nämlich Schlaf. Warum ist das schlecht? Weil wir es schon hundertmal gelesen haben, zum einen, wenn es reicht. Zum anderen, weil aufwachen meistens banale Handlungen nach sich zieht. Wir wachen auf, wir gucken auf die Uhr, wir schluppen in die Schlappen, wir schlurfen in die Küche, wir werfen die Kaffeemaschine an. Das ist unspannend. Und ich werde euch später, wenn ich euch sage, wie ihr es machen sollt, ans Herz legen, mit was Speziellem anzufangen, mit was Außergewöhnlichem. So, Alltag hat der Leser genug, der will kein Alltag. Aufwachen ist also in den meisten Fällen ein einfacher, aber kein guter Einstieg. So. Auch sehr beliebt, Wetter. Noch beliebter, Hauptfigur steht am Fenster und guckt raus, was für ein Wetter ist. Warum machen wir das? Wir hoffen, dass wir damit irgendwie Stimmung aufbauen können. Ja, also der wunderbare Frühlingstag, das Gewitter, das über dem Horizont zusammendreut, was auch immer. Wir schreiben uns damit ein bisschen warm, wir müssen nicht direkt zum Punkt kommen, wir haben nochmal irgendwie fünf, sechs Zeilen Zeit, wir schreiben zwar, aber irgendwie passiert noch nichts. Und genau das ist auch das, warum das keine gute Idee ist. Auch hier, Banalitätsalarm. Wetter haben wir alle jeden Tag. Markwetter ist in aller Regel sei, also mit wenigen Ausnahmen, banal. Und es interessiert auch im wahren Leben wirklich niemanden. Also wenn ein Buch mit Wetter anfängt, hat es eine gute Chance, dass ich einen Sekundenschlaf kriege und es wieder zuklappe. So. Zum Warmschreiben sage ich gleich noch was. Funktioniert auch mit Winterlandschaften. Warmschreiben. Na, egal. Erklärungen. Lieber Leser, das ist Silke. Silke ist die neue Nachbarin von Klaus dem Fliesenleger. Sie hatte eine schwere Kindheit. Ihre Mutter hat 40 Stunden in der Woche gearbeitet, war alleinerziehend. Bla, bla, bla. Silke hat keine gute Schulausbildung. Hörsen, dörsen, dörsen. Interessiert mich als Leser nicht, weil ich nämlich Silke nicht kenne. Ich habe noch keine Minute mit Silke verbracht. Ich weiß nicht, wie Silke drauf ist. Ich weiß nicht, was die mir zu sagen hat. Und deswegen will ich auch ihre ganze Vorgeschichte nicht kennen. Ich will keine Bedienungsanleitung lesen für Silke, sondern ich will Silke in Aktion erleben. Ich lese ja ein Buch, um in andere Lebensabläufe reinzugucken. Ja, um andere Menschen mit anderen Problemen zu sehen. Und da passt mir das nicht rein, wenn mir jemand erstmal episch in einem sogenannten Infodump alles erzählt, was es über Silke zu wissen gibt, inklusive Schuhgröße. Infodumps sind immer schlecht. Die sollen immer um jeden Preis vermieden werden. Aber am Anfang sind sie nicht nur schlecht, sondern tödlich. Weil ich klappe das Buch zu, ich lege das Buch weg und ich kaufe das vom Mitbewerber. Ja, also am Anfang keine Erklärungen, keine Infodumps. Braucht ihr auch nicht. Der Leser hat ganz am Anfang eine sehr hohe Bereitschaft, mit der Lücke zu leben. Der weiß, er hat noch 250 Seiten Zeit, um Silke kennenzulernen. Der muss nicht in den ersten drei Seiten alles erfahren, was es über Silke zu wissen gibt. Und das müsst ihr ausnutzen. Der Leser erwartet am Anfang keine vollständige Information. Wenn der sich informieren will, lies dein Sachbuch. Rückblenden, auch gerne genommen. Gerne auch in Kombination mit Wetter und Infodump. Also, die neue Mieterin Silke, sie ist gerade aufgewacht, steht am Fenster, guckt in den November-Nieselregen, der dann in zwei, drei, vier Sätzen episch beschrieben wird, und denkt nach, was in den letzten vier Tagen alles passiert ist, das sie an dieses Fenster gebracht hat. Gähn. Also, habe ich tatsächlich jetzt in der Häufigkeit selten, aber nur, um euch das mal vor Augen zu führen, dass es da nach oben keine Grenzen gibt. Rückblenden sind letztendlich verkleidete Infodumps. Ein Infodump über die Vergangenheit einer Figur. Und da gilt genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Niemand will das lesen. Lasst es raus. Es ist auch unnötig. Wenn eine Szene nicht funktioniert, weil eine Info fehlt, dann ist die Lösung nicht, diese Info einfach dem Leser rüberzureichen. Ihr schreibt Bücher, ihr erzählt Geschichten. Ihr müsst die Geschichte so aufbauen, dass entweder diese Info in dieser Szene eben nicht fehlt, wenn man sie einfach nicht braucht, oder ihr müsst die Info vorher auserzählt ins Spiel gebracht haben. Und unterschätzt eure Leser nicht, die sind auch in der Lage, sich Sachen zu erschließen. Also, es geht auch hier nicht um eine lückenlose Aufklärung zum Thema Silke, sondern es geht darum, dass der Leser genug Informationen bekommt, zu dem Zeitpunkt, wo er sie braucht, nicht vorher, um bestimmte Vorstellungen anzuschieben. Im Kopf. Die Silke, die der Leser sich dann am Schluss vorgestellt hat, wird eine andere sein, als die, die ihr in eurem Kopf habt. Aber damit müsst ihr leben. Das ist das, was dem Leser Spaß macht. Der Leser hat in aller Regel keinen Spaß dran, eins zu eins die Silke nachzuvollziehen, wie sie in eurem Hirn rumspaziert, sondern er möchte sich seine eigene Silke bauen. Und die Gelegenheit müsst ihr ihm geben. So, ein letzter Punkt, der auch gerne genommen wird und wo sich die wenigsten Autoren damit ein Gefallen tun, ist der Prolog. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine Prolog-Sperre habe. Ich kriege da so einen Ganzkörper-Juckreiz, wenn ich ein Prolog lesen muss. Ein Prolog hat ein strukturelles Problem. Was ist ein Prolog? Gehört er jetzt zum Buch oder gehört er nicht dazu? Wenn er wichtig ist, warum ist es nicht Kapitel 1? Wenn er unwichtig ist, warum ist er denn da? Warum muss ich ihn dann lesen? Also, Prologe sind in den seltensten Fällen wirklich nötig. Einen sinnvollen Prolog zu schreiben, ist eine Kunst. Da kann ich mein eigenes Video drüber machen. Also, Prologe sind auch so ein Ding zum Warmschreiben. Ganz oft. Lass es weg. Versuch es ohne. Versuch da anzufangen, wo die Geschichte anfängt mit dem Erzählen. So, also. Dinge, die auf den ersten Blick wie eine super Lösung klingen, auf den zweiten Blick euch aber kein Gefallen tun. In der Reihenfolge. Figur wacht auf. Wir kriegen eine Vorstellungsrunde mit epischen Erklärungen. Wir gehen aufs Wetter ein. Wir haben eine Rückblende. Und wir haben ein Prolog. Das sind die Sachen, die ihr einfach vermeiden sollt. So. Wenn ihr jetzt sowas geschrieben habt in eurem Roman, und der ist noch nicht veröffentlicht, ist es nicht schlimm. Schreibt es um. Die meisten Romananfänge in der ersten Fassung sind nicht die Romananfänge, die man später im gedruckten Buch liest. Weil wir alle müssen uns warm schreiben. Wir müssen mit unserem Stoff warm werden. Wir müssen so unseren Erzählduktus finden. Wir müssen auch gucken, wo fängt unsere Geschichte überhaupt an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich fange da an zu erzählen, wo die Geschichte anfängt. Nicht vorher. Ich schreibe mich nicht warm. Also ja, ich schreibe mich warm, aber vor Veröffentlichung schmeiße ich das wieder raus. Warm schreiben ist völlig okay, solange ihr das nicht veröffentlicht. Sondern, wenn ihr eure Geschichte besser kennt, dann wirklich gucken, wo fängt die Geschichte an. Und da fangt ihr an zu erzählen. So. Jetzt sind wir in epischer Breite darauf eingegangen, was ihr nicht machen solltet, oder was keine optimalen Romaneinstiege sind. Jetzt noch ein paar Anregungen, wie ihr anfangen könnt. Das wirklich Wichtigste habe ich euch gerade schon gesagt. Ich sage es euch nochmal. Überlegt, wo eure Geschichte anfängt. Wo passiert das Erste, was relevant ist? Oder umgekehrt. Was ist das Erste, was fehlen würde, wenn ich es rauslasse? Da fängt eure Geschichte an. Nicht früher. Ihr braucht keine Einleitung, keine Hinführung, kein Warmwert, Geschwurbel. Das könnt ihr alles. Die Leute wollen eine Geschichte hören. Ihr seid angetreten, um sie zu erzählen. Und ihr fangt die Geschichte am Anfang an. Da, wo sie anfängt. Wie können wir interessant, dynamisch, packend anfangen, sodass die ersten zwei Absätze den Rest des Buches zwanghaft nach sich ziehen beim Lesen? Ihr könntet anfangen. Je nachdem, was ihr schreibt, eignen sich die Ideen natürlich besser oder weniger gut. Und mit einer routinierten Alltagserwartung brechen. Ihr baut eine alltägliche Situation und brecht die mit etwas Skurrilem. Was natürlich in irgendeiner Form dann später zur Handlung hören muss. Das darf kein Selbstzweck haben. Also, wenn Silke eines Morgens runterkommt und da steht ein Pony auf dem Hof. So neben den Mülltonnen. Gesetz den Fall, das Pony hätte später noch irgendeinen Plot-Sinn. Das wäre zum Beispiel ein skurriler, lustiger Einstieg, der dadurch, dass er so ungewöhnlich ist, das Leserinteresse weckt. Der Klassiker zu diesem Thema ist, ich habe jetzt leider den Text nicht da, sonst würde ich ihn vorlesen, die Verwandlung von Kafka. Gregor Samsa wacht eines Morgens auf und isst ein Käfer. Damit fängt es an. Wir wissen nicht, wer der ist, also wir erfahren erst später, wer der ist, wo der wohnt, was dem sein täglich Brot ist und so weiter. Sondern die Geschichte fängt an, als er aufwacht und er isst ein Käfer. In diesem Fall darf er sogar aufwachen. Weil das Aufwachen einen wichtigen Punkt markiert. Also, Bruch mit der Routine behafteten Alltagserwartung. Zweite Möglichkeit. Schafft eine Situation, in der sich der Leser mit der Hauptfigur direkt verbrüdern kann. Oder verschwestern, je nachdem. Silke steht im Stau auf der A3 und muss aufs Klo. So, schon seit vier Kilometern. Jede Frau, die schon mal im Stau stand und aufs Klo musste, ist sofort auf Silkes Seite. Silke hat ihr völliges Mitgefühl. Und damit haben wir die Leserin in dem Fall im Boot. Nämlich Gefühl. Wir haben an ihr Gefühl appelliert. Das kann auch was anderes sein. Das kann auch Silke vor dem Bewerbungsgespräch total aufgeregt sein. Oder was auch immer. Also, etwas, was bekannt genug ist, dass die Leserin das vielleicht schon mal erlebt hat und sich da direkt einfühlen kann. Da habt ihr direkt, die Leserin und die Silke sind direkt so. Und dann könnt ihr eure Geschichte von diesem Punkt aus weiterentwickeln. Der Vorteil ist davon auch, ihr habt direkt Handlung. Ihr kommt gar nicht in die Verlegenheit zu sagen, dass es Silke und draußen regnet und ihre Kindheit war schwer und so weiter. Sondern ihr habt direkt was zu erzählen. Ihr braucht ja auch einen Stoff, den ihr direkt erzählen könnt. Je nach Genre, was ihr macht, könnt ihr natürlich auch direkt mit Spannung und Tempo anfangen. Das muss nicht unbedingt eine Verfolgungsjagd sein. Oder explodierende Autos. Wenn es sich ergibt, macht es ruhig. Fangt mit einer richtig schnellen Knallerszene ab an, die ihr dann im Nachhinein sozusagen noch herleitet oder einbettet in eure Handlung. Spannung ist immer, wenn Druck ist. Und Druck kann zum Beispiel entstehen durch ein zeitliches Limit. Noch 30 Sekunden, dann explodiert die Bombe. Oder noch zwei Stunden und die Beerdigung fängt an, auf der ich erwartet werde. Und ich hänge hier mit meinem Sportwagen hinter einem Traktor und kann den nicht überholen. Auch das ist Spannung, weil es einfach eine gedrückte, eine gepresste Situation ist. Fangt ruhig auch mit sowas an. Was auch eigentlich ein guter Einstieg ist, auch für euch als Autor, Autorin, ist, überlegt euch, ihr kennt ja eure Hauptfigur, überlegt euch für die eine typische Situation. Sodass wir die Hauptfigur als Leser gleich in einer Situation kennenlernen, die für sie steht. Silke ist so eine chaotische, unordentliche und wir lernen sie in der Situation kennen, in der sie abends erschöpft von der Arbeit heimkommt, einfach nur in ihre Wohnung will und feststellt, der Schlüssel steckt von innen. Hier haben wir mehrere, also wir haben erstens Druck und Stress, wir haben zweitens die Leserin, die das vielleicht auch schon mal gemacht hat, sofort mit Silke. Und wir haben drittens die Silke als typische, ja, Ruschel, sagt der Franke, also jemand, der so chaotisch, ungeordnet ist, vergesslich und so, charakterisiert. Das bietet aber auch direkt den Anspruch, dass wenn ihr den Charakter in der Situation zeigt, müsstet ihr auch bitte typisch sein. Also, die Figur, wir dürfen den Leser da nicht auf eine falsche Fährte führen. Also, wenn die Silke ausnahmsweise diesmal den Schlüssel innen hat stecken lassen, musstest du rüberkommen. Dann muss uns klar sein, dass sie in einer Ausnahmesituation ist und dann wollen wir wissen, wiederum warum und dann fängt es an. Also, wie ihr anfangen könnt ist, ihr brecht mit der routinierten Alltagserwartung, das war das Pony auf dem Hof. Dann, ihr macht die Leserin und die Hauptfigur so, das ist Silke im Stau und muss seit vier Kilometern aufs Klo. Dann, Spannung, Tempo, das kann die Bombe sein, die demnächst explodiert, das kann aber auch der verpasste Termin sein, weil ich hinter dem Traktor auf der Landstraße hänge. Und oder, die Situation hat etwas Typisches für die handelnde Hauptfigur, sodass wir die gleich in ihrem natürlichen Lebensumfeld, zum Beispiel als Käpt'n Chaotnik, kennenlernen. So, was habe ich noch? Genau, was ich auch wichtig finde, so als Gedanke ist, ein guter Romananfang wirft Fragen auf, er beantwortet keine. Damit sind wir wieder beim Thema Infodump, den wir nicht haben wollen. Fragen aufwerfen, nicht beantworten. So, diese Spannung löst ihr am besten auch nicht sofort wieder auf, sondern ihr zieht die ein bisschen hin und im Idealfall, wenn ihr eine Frage beantwortet habt im Laufe eures Romans oder einen Konflikt gelöst, dann kommt direkt der nächste. Damit das schön an der Spannungskurve entlang angeordnet, den Leser durch den ganzen Text trägt. So, ich habe in diesem Skript euch Textstellen von verschiedenen Autoren, großen, kleinen, übersetzten, Originaldeutschen aufgeführt und jeweils einen Kommentar drunter geschrieben. Das könnt ihr euch einfach mal durchlesen und gucken, ob ihr die Einschätzung teilt oder ob ihr das auch so seht, ob ihr das vielleicht anders seht. Wir machen noch ein kleines, nennen wir es Gewinnspiel an dieser Stelle. Die ersten fünf, die mir ihre Romananfänge schicken und zwar 1500 Zeichen, eine Normseite, kriegen von mir genauso eine Einschätzung, wie ich sie hier bei den veröffentlichten Kollegen drunter geschrieben habe. Also, wer darauf Lust hat, schickt mir in einer Mail, am besten nicht als Anhang, sondern direkt reingruppiert in den Mailtext quasi 1500 Zeichen Romananfang und ich schreibe ein paar Zeilen dazu. Die ersten fünf gewinnen, für den Rest überlege ich mir was. So, das war's in aller Kürze von dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, eure Fragen sind beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare damit. Ich verlinke euch auch meine Webseite, wo ihr euch das Skript runterladen könnt. Und ja, alles andere fällt mir dann ein, wenn ich hier auf Stop geklickt habe, das ist ja immer so. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Sommerloch und bis bald!